Ich bin ein ziemlich easy-goinger Kind, also mich in eine scientifische Abenteuer sollte ein Stück Kacke sein. Okay, sagen wir mal, ich gehe mit dieser verrückten Idee. Wo kann ich dich finden? Ich meine, äh, den anderen du? Wie soll ich es wissen? Es war über 50 Jahre vor. Warum gehen wir in die Soup-Kitchen neben der Tür und geben mir ein Telefon? Sie wissen, wo ich mich finden kann. Soup-Kitchen, got it. Geh weg von der Soup. Es wird irreparablen Schmerzen zu deinem Digestive-System. Ich glaube, ich hätte besser angefangen können. Keine Worte, Doc. Ich werde dich nicht wegwerfen. Ich bin nicht bemerkbar. Wenn du und mein jüngerer Selbst deine Hände zusammenbauen, dann werden sie unverwaltbar. Nämlich irgendwie die Gitterstäbe da rausrahmen und in einer schnellen, in einer schnellen, unkomplizierten Aktion ihn da rauszunehmen. Denn so hätte ich das gemacht. Aber ist ja gut. Wir sollen jetzt die Soup-Kitchen und sein jüngeres Ich finden für diese Bohrmaschine. Lade, Bitch. Und ein Typ, der die Gesichtszüge seines Vaters hat. Gibt es da Zusammenhänge? McFly! Ich bin... Oh Gott. Biff? Kind! Grandpa? Das ist Mr. Tannin für dich, Artie. Was machst du hier? Na, ich war ein bisschen hungrig. Also habe ich gedacht, ich würde hier nachher kommen, für ein paar Sekunden. Ich dachte, ich würde hier nachher kommen, für ein bisschen Soup. Schau, McFly! Die D.A. haben die Sprechen wie Babe Ruth gelegt. Ich glaube nicht, dass Ruth ein Pitcher mehr ist. Schau! Und Biff, Vater? Und Biff, Vater? Uh, nein, natürlich nicht, Kind. Okay, das ist besser. Was hast du, Punk? Schau dir auf den Soup, Kind. Also? Also, was? Was machst du hier noch hier? Entschuldigung, Kind. Ich werde einfach zurück nach der Safe-Haus. Du machst das. Und McFly! Ja? Das hat ist zu flashe. Du solltest mich aufhören. Oh. Jetzt schau sie! Du hast es, Boss. Und nicht raus, bis ich dir das alles klar! Ich schaue. Ich schaue. Wenn sogar einer von dir Mooks 2 plus 2 ohne deinen Fingern hätte, hätte ich den Wind in das Meer. Hey! Auf jeden Fall. Ich bin weg, um mich selbst irresistbar zu machen. Ich lasse niemanden in der Shop, während ich weg bin. Ich bin weg, um mich zu nehmen. Browne Reservants? Uh, hi! Wann ich, wo ich Emmett Browne finden kann? Der junge Master Browne ist geradezu beantwortlich von seinen Klerkenagungen bei der Courthouse. Wer soll ich sagen, dass er sich kenne? Der Courthouse? Der Doc hat mir nie erzählt, dass du in der Courthouse arbeitest. Der Young Mr. Brown nannte. Der junge Master Brown. Oh Gott. Aufregende Musik. Ja, dann gehen wir nochmal zum Gerichtsgebäude und bitte sag... Ja. Klondike 51038. Dann gehen wir nochmal zum Gericht. Gehen wir mal quer durch den Park und rennen kann ich nicht. Irgendwas mit der rechten Maustaste ist hier nicht in Ordnung. Doch das klären wir ein andern Mal. Oh, da ist er 19. Dann reden wir nochmal mit dem erstmal. Der gute Junge. Na du? Hey, wie geht's, Aini? Äh, yo. Das war ja echt ein aufschlussreiches Gespräch. Ähm... Dann gehen wir mal rum. Ist dann Ralko Sales. Und das Gerichtsgebäude. Türen des Gerichtsgebäudes. Da gehen wir nochmal rein. Nicht die tusten! Diese sind sehr sensitive legal Dokumente. Niemand sollte sie tun, aber die gewählten Pflegekräfte. Papa, äh, ich meine, Judge Brown sagt so. Und das ist... Judge Brown? Doc? Äh, schön, dich zu treffen. Ich bin, äh, Harry Callahan. Emmett Brown. Aber ich bin ein Verwaltungsgericht, nicht ein Doktor. Jetzt bitte, raus aus meinem Weg. Ich bin ein wichtiges Geschäftsmodell, um zu transaktieren. Jetzt sind wir die H2-H2-H2-H2-H2-H2-Multiply-Videe. Ja, hinterher! Wo ist er jetzt? Hey, wie geht's, Einie? Ich habe keinen Bock mehr, stelle ich meine linke Hand da auf, es auf der Tür zu halten. Ich muss nicht mehr in da gehen. Nee, da kann ich nicht gehen. Jo, befreundet sich mit seinem jüngeren Ich an und bring ihn dazu, die Bohrmaschine zu bauen. Ich höre doch hier auch rummurmeln. Guck jetzt mal das Plakat. Wow, sieht aus, wie sie einen richtigen Scherke benutzen. Ich bin nicht so sicher, ob ich in einem Ort bleiben möchte, der die Transienz herkommt. Die Tür des Friseurladens. Ui, da kann ich jetzt irgendwie rein. Hey, äh, kann ich ein paar Mousse bekommen? Was sieht das aus, ein Huttenlodge? Ich will einen schreitbaren Laden. Nicht behalten. Willst du irgendwas kaufen? Ähm, nein. Dann komm raus, Mom! Ich glaube, das ist, wo die Spiekeasy zerbär. Wie wird Doc immer in dem mixen? Oh, nein. Ich bin Doc. Ich bin Doc. Ich bin Doc. Ich bin Doc. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Ich bin Doc. Du hast eine Stamper-A-Line. Aber ich bin der Stamper-A-Multiplier. Du hättest mich nicht an, aber ich bin dein Freund. Ich bin nicht wütend auf Hunde. Ich bin die Behandlung. Sie werden in der Arbeit geworden sind. Nämlich wütend. Das muss man höchst. Das ist ein wichtiges Geschäft. Ganz kompliziert, ganz abstrüß. Ich brauche 5 sätze von Initialen auf jeden Fall von diesem Rực Verordnung der Qualität von indemnabhängigation bevor Pop- Ich meine, bevor Judge Brown kann sogar für die erste Mal vor dem Hinweis zu geben. Du wirst nicht wissen, was es passiert, y Hmm? Das ist wie wichtig es ist. Ich bin selbst in der Wissenschaft. Das ist deshalb, warum ich dich auswählte. Nicht, dass ich das wenig interessiere. Denn Wissenschaft ist die größte Sache von meinem eigenen Interesse, das ist die Wahrheit, aber ich glaube nicht. Das ist wahr. Ich bin Wissenschaftler. Also erzähl mir etwas, Herr Wissenschaftler, aus Ihrer großen Storhaus von Wissenschaftlern. Das ist die Beine. Ah, die Beine verbunden sind mit der Beine verbunden? Amazing. Komm schon, Herr Herr, Emmett. Entschuldigung, das ist die Legal Eagel Act. Ich habe etwas mehr für Sie zu tun. Herr Callahan, ich werde Sie wissen, dass die Verordnung ist das ganz Wörter der Gesellschaft zusammenhält. Und wir, in der legalen Profession, sind wie Brickmasons, die bauten der Zukunft zu bauen. Ihr Vater sagt dir das? Jeden Morgen. Hey, ich verstehe, dass du eine neue Invention in deinem Lab arbeiten möchtest. Invention? Du musst mich mit jemandem mit jemandem verbunden haben. Ich bin in der Lehre. Ich habe absolut kein Interesse in der Wissenschaft. Dann, Mathalene, ich will mich nicht mehr überlegen. Komm schon, warte mal einen Moment. Du wieder? Kannst du nicht sehen, ich bin beschäftigt? Dann fragen wir doch mal nach seiner Raketen-Uhrer. Ich bin nicht ein Wissenschaftler. Geh bitte, frag mich, was E bedeutet. Was bedeutet E? Ich habe absolut keine Idee. Siehst du? Ich weiß nicht, wo du deine Informationen über mich bekommst, Herr, aber du bist falsch, 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 falsch. Mann, weiterreden. Kannst du mir nur eine Chance? Das ist ein federale Kriege, Herr Callahan. Einfach hartnäckig bleiben. Komm schon, du kannst mich vertraut, Doc. Emmett, das ist deinem Zukunft, das ich nachher schaue. In mehr Weise, als einer. Was sprachst du denn? Ich spreche über dich und die Wissenschaft. Oh, das Wort wieder! Wenn du insinuierst, ich bin ein Wissenschaftler, dann schaue ich dich für eine Defamation des Charakter. Oh, nein, 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 nein. Nicht möglich, nein. Jetzt können wir nicht mehr mit ihm reden. Dann folgen wir ihm mal ins Gerichtsgebäude. Ich muss nicht mehr in da gehen. Ich muss nicht mehr in da gehen. Oh, da ist einmal wieder. Wuh-hoo. Wuh-hoo. Also... Also... Er macht das nur für seinen Vater. Schaue dich von meinem Vater? Schaue dich von meinem Vater? Schaue dich von meinem Vater? Pop ist der größte, unkorruptliche Judge, den der Hill Valley gesehen hat. Die einzigen Menschen, die von Judge Brown sind Menschen mit einem dunklen Geheimnis zu hide. Und ich habe nicht ein dunklen Geheimnis zu hide. Dammit, über deine... Was habe ich hier gefehlt? Oder nehmen wir H-Stanford-Hermitian-Line-Operator? Aber in diesem Fall, H-A multipliert von den... Willst du mir nur eine Chance? Verlusten ist ein fädelisches Gräser, Herr Callahan! Okay, jetzt sind wir an diesem toten Punkt angelangt. Äh... Ehm... Ich sage es! Jetzt sind wir wieder an dem toten Punkt angelangt, wo man nicht mehr weiterreden kann. Das sind Neutons. Aber wie viele Neutons braucht es, wenn alles ein konstantes Maßstab? Die Geschwindigkeit wird reduziert durch das Inverse der Derivität der Geschwindigkeit und relativlich der Geschwindigkeit der Lebensmittel. Dann gehen wir mal nochmal rüber zur Gefängniszelle und fragen den jetzigen Emmett... ...also unseren Emmett... ...den damaligen... ...ne... ...den zukünftigen, meine ich... ...was es mit dieser ganze Gerichtssache auf sich hat. Psst! Doc! Morty! Hast du noch meine jünger selbst gefunden? Well, ich habe deine jünger selbst kennengelernt. Great! Und ich muss sagen, du bist ein bisschen abhängig. Was? Du wirst sogar nicht mit mir sprechen. Ich finde das schwer zu glauben. Sag mir, was passiert. Ich versuche ihn zu fragen, aber er sagt, er ist kein Wissenschaftler. Was? Was? Oh, Vater. Was hat er damit gemacht hat? In 1931, ich war immer schmerzhaft, dass mein Vater die Wahrheit über meine Wissenschaftlerinnen Also, ich habe sie auf die Hände, zu spüren, zu spüren. Das klingt. Das klingt. Das klingt viel. Fortunately, ich habe ihn aufzunehmen. Aber jetzt, mein jünger selbst wahrscheinlich denkt, er wurde von meinem Vater um mich zu verraten. Was? Was? Der Expo! Wie kann ich nicht vergessen? In ein paar Monate, die ich mich für ein Demonstration auf der Hill-Valley Exposition will, meine erste öffentliche Foray in der Welt. Everyone in der Stadt will be there, including a number of noted inventors who shaped my career. So, es war ein großer Erfolg? Nein, es war ein Miserable Failure. Aber es war ein Spectacularly Miserable Failure, one which marked my transition from an amateur garage scientist into a professional Seeker of Truth. Also müssen wir jetzt bis zur Expo warten. Hmm... Nein, erstmal fragen, wie man ihm selbst vertrauen kann. What do I do, to convince Teen Doc, that I'm not a spy? I'm not sure. What do I do, to convince Teen Doc, that I'm not a spy? I'm not sure. No, your younger self seems really dedicated to the law. It's a facade, I assure you. I had to keep up appearances to appease my father. Okay. What does this Expo have to do with you muttering all the time? When I was younger, I used to relieve stress by working on complex mathematical conundrums. No doubt, my younger self is working on some impossible problem in an attempt to work off cerebral steam in the weeks before the exposition. What was I muttering about? I don't know. H to the something when the universe is something else. I'm not so good at equations. That's too bad. I bet if we could solve my younger self's problem, he'd be more inclined to listen to you. I still can't figure out what your younger self is muttering about. Last. If only I could hear him myself. Let's talk about your younger self's problems later. Okay. But don't forget, we're all a bit of a deadline here. Ja, deadline ist ziemlich das Wort, das wir suchen. Also müssen wir den neuen, den jungen Doc Brown jetzt dazu bringen, vor der Polizeiwache entlang zu gehen, während er murmelt. Damit... Will you just give me a chance? Harassment is a federal crime, Mr. Callahan! Sounds like you're a little scared of your father. Scared of my father? Papa has ever seen. You only don't have a dark secret to hide. Ah. Dammit. Don't say it. Uh... Thanks. How can I help you, sir? Without any money, I don't really have any business in there. Das stimmt wohl. Oh, man könnte natürlich... Das ultimative Paradoxon versuchen. Und ihnen einfach mal das Anwaltspuff unter die Nase halten. Aber ob das sinnvoll ist... Das mit dem Rennen läuft immer noch nicht. Ich weiß jetzt jedenfalls, wie ich Sachen überspringe. Ach, das sind die Hinweise. Das ist die Hinweise. Ach, das Foto vom Vater mit... Jetzt habe ich es. Wir müssen das Foto vom Vater mit Edward Brown benutzen. Diese Foto sind ein bisschen schade. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht... Du hast das, was ich habe. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich habe ihn mit Edward Brown. Ich weiß nicht. Du kannst die Hände nicht mehr schade. Das Foto ist dein Glück. Ja. Ich weiß nicht. Aber er wird sie17 recht nicht mehr schaden. A multiplied by the inverse of A might not be equal to A's expect Will you just give me a chance Harassment's a federal crime, Mr. Callahan Sounds like you're a little scared of your father Scared of my father has ever seen I don't have a dark secret I don't think that picture's gonna do anything But confuse people Okay, it doesn't help His own phone?